jo leute was geht machen hier mal einen neuen part ist noch ein restbetrag von einem anderen part jetzt gewesen 72 euro bleiben auf jeden fall drauf und damit wird dann hier roulette gepeitscht entweder oder ich habe vorne ein paar kröten rausgedrückt oder am rausdrücken sagen wir mal so 240 gedrückt hier habe ich auch einmal 140 gedrückt aber seitdem gar nichts mehr ja 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 Oh, shit. Giziko Leiter, total Schaden. Ab zur Roulette Leute. So Leute, Roulette ist eingestellt. Wir schauen mal. Wir müssen irgendwann mal den Rekord von 8 mal brechen. Oder 9 mal. Erster am Arsch. Gucken wir, was der zweite macht. Gibt es nicht? 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 Jawoll. Und weiter. Jawoll. Drittes Mal Fragezeichen. Wäre nicht schlecht. Fruit&Co Factory, jawoll. Ja, wir gehen Richtung Ricote oder was ist los? Ja, so wollen wir das haben. So darf es auch gerne weitergehen. Jawoll. Jetzt erste schwache Zahl, bin ich mal gespannt. Ja, erste schwache Zahl geht dann auf Flöten. Na ja, schauen wir mal. Sparta. Gucken wir mal am Euro, Leute. Und, boah, schade. Wäre natürlich schön gewesen, erster Dreh direkt drin. Aber, wäre auch, glaube ich, zu schön. Da sind unsere Moppen schon rüber geladen. Oh, Gauselmann, was ist mit dir los? Hast du 20 Cent zu verschenken, oder was? Seit wann, Alter? Ja, drücken wir gleich raus die Kojoten da drüben. Wir kommen jetzt. Alter. Wir kommen jetzt. Bessere Chance gibt noch nicht. Alter, bessere Chance gibt noch nicht. Aber, okay, okay. Achör, sehr gut. Wann ist gleich mal ein bisschen. Wann ist da? Wann ist da? Wann holen wir das nicht, sondern wir kommen wirklich. Wann ist da? Wann ist da? Wann ist da? Wann sind wir da? Wann ist da? Wir gucken an, was hier? Komm, einmal geht's. Sieht nicht so gut aus, ganz ehrlich. Ich suche mal ein anderes Spiel raus. So Leute, nudeln wir noch mal ein bisschen hier auf Magic Mirror rum. Vielleicht kommen wir hier mal rein oder was. Man weiß es nicht. So, jetzt schluck trinken. Komm, zeig uns mal die dreckigen Spiegel hier. Also, wir haben hier eine gute Idee. Komm, ich muss jetzt mal die dreckigen Spiegel hier. Komm, ich muss jetzt mal jetzt machen. Wir müssen jetzt mal die Dreckigen Spiegel hierher kommen. Schade. Sieht nicht so prickelnd aus. Komm, ich bin nochmal für einen 50er, eine Runde Doppelbuch, vielleicht hat der ja Dabok. Ja, gehen wir mal rüber. Noch mal zwei Symbole rein und Yilla. 200 wollen wir hier auch raus, wäre ja bescheuert, waren ja 340 aber drauf. Wenn wir die hier wieder komplett versäbeln, so wie sonst immer. Aber wie man auch sieht, vor allem hat der 3x Roulette gepackt, ist ja alles super, alles toll. Aber wie die Kisten dann auch von jetzt auf gleich wieder total auf Todmodus laufen. Dann gehst du hier rein, da rein, hier rein. Da passiert gar nichts mehr, das ist wie programmgestoppt mäßig. Komm, wenigstens mal zwei Bücher aufhoffen oder irgendwas, damit man ein bisschen was sieht. Schade. Du schade. Oh, Möchig! Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, die Scheiße kostet nix, gar nix. Vergesst die Glocke nicht zu drücken, zu aktivieren mäßig. Halt wegen der Meldung, wenn ein neues Video kommt oder ich vielleicht live gehe oder was weiß ich. Oben drüber, du Schwein, was soll das? Ne, der Drecksack hat keinen Bock, ich jetzt auch nicht mehr. Schon wieder genug gezockt, anderthalb Stunden ist für mich mittlerweile schon genug. Dann ist schon an die Fresse voll, weil ich alleine immer an den Marathon denke, mit der Bucherei. Dann denk ich mich schon, ey, komm alter, wird sie die Scheiße da wieder antun oder was? Höchstgewinn. Komm, einmal Bücher auf korrekt, geht doch. Jawoll, lauf korrekt natürlich. Jawoll, lauf korrekt natürlich. Jawoll, lauf korrekt natürlich. Hetzköpfe, Mumie. Oh, okay. Komm und die Frau. King and Queen, ja gut, komm. Ein, zwei Verlängerungen werden schon stark. Ein, zwei Verlängerungen werden schon stark. Im, zwei Verlängerung. Komm und die Frau, die Frau, die Frau. Weil wir sie totalen, die Frau. Ja, komm. Komm und die Frau, die Frau. Komm und die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau, die Frau. So schön, sauber, bringt er uns wieder in die Kohle zurück von eben. Wir haben jetzt mal zwei Bücher auf Hoffnung, verlängerungstechnisch. Einen drüber gewesen. Das war's dann wohl. Machen wir so, so und weiter. Vielleicht zieht der ja direkt nochmal nach um Euro. Schade, wäre auch zu cool gewesen. Kriegen wir noch eine Chance, oder? Gehen wir jetzt hier unter mit Mann und Maus? Ja, Chance war da. Ole. Komm, mach uns auch mal hier ein Ole rein. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. 1,20 ab 24 Euro. Ich hatte ja da nochmal Bock. Hoffnung ist da. Weiß zwar keiner, warum Hoffnung da ist, aber die ist jetzt einfach mal da. Ja Leute, ich weiß nicht, ob ich das schon am Anfang des Videos gesagt habe. Ich fange jetzt auch bei Twitch an. Deswegen den Link werde ich unten in den Kommentaren anpinnen. Könnt ihr gerne drauf gehen und mich da auch abonnieren. Dann werde ich online ballern. Da geht es auch die Tage los. Deswegen lasst ein Follow da, Leute. Kurz Konto machen, alles kostet nichts. Das ist genauso wie YouTube hier. Klack, klack, klack. Und schon seid ihr dabei, wenn ich da mal 5, 10, 8 Stunden dauerhaft online bin. Komm, gönn mal einen jetzt. Die Messe ist hier wohl wahrscheinlich gelesen, Leute. Reicht jetzt auch mal 22, fast 23 Minuten. Ich habe schon wieder Bleiharme. Und da sind die Bücher niemals. Hau rein, Leute.